Roland Emmerich ist sehr feinfühlig. Er hat Humor und Sinn für Spektakel. Er ist im Prinzip eine Naturgewalt. Ich hatte Jahre, um uns vorzubereiten. Ausweichen! Er gehört zu den besten Regisseuren der Welt. Er hat eine Vision, Filme wirklich groß zu machen. So etwas hat man garantiert noch nicht gesehen. Independence Day – Wiederkehr. Ab Donnerstag, den 14. Juli nur im Kino. In 3D.